Herzlich willkommen zurück. In den vorigen Videos haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, wie wir mit Hilfe von Obersummen und Untersummen Flächeninhalte gut abschätzen können. Also, für dieses Video solltest du bereits wissen, wie wir mit Hilfe von Rastern Flächeninhalte von beliebigen Figuren abschätzen können. Und du solltest bereits wissen, dass immer wenn wir einen noch feineren Raster wählen, dass dann die Untersumme größer wird und die Obersumme kleiner. Das Ziel für dieses Video ist nun, dass wir die Ideen aus den vorigen Videos zusammentragen und in ein schönes Kochrezept verwandeln. Also, gehen wir es an. Den Flächeninhalt A der dargestellten Figur können wir wie folgt nach unten und oben abschätzen. Erster Schritt. Wir legen ein Raster über die Figur. Das ist nichts Neues. Das, was ein bisschen Neues ist, ist, dass hier der Raster nicht quadratisch ist. Tatsächlich muss das einfach nicht so sein. Quadratisch ist einfach oft praktisch, aber auch Rechtecke, so wie hier, sind eine gute Variante. Zweitens. Die Untersumme U ist der gesamte Flächeninhalt der Rechtecke im Raster, die ganz in der Figur enthalten sind. Die Obersumme O ist der gesamte Flächeninhalt der Rechtecke im Raster, die zumindest teilweise mit der Figur überlappen. Soweit, so gut. Nun folgt der Arbeitsauftrag. Lass dir in Ruhe die Strategien aus den vorigen Videos noch einmal durch den Kopf gehen und fülle dann die Lücken im Kochrezept. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir noch über die Ergebnisse. Also gut. Hier bei zweitens müssen wir wieder das Herzstück der Integration vervollständigen. Wir müssen wieder erkennen oder uns daran erinnern, dass gelten muss, dass U kleiner gleich A kleiner gleich O ist. Also die Untersumme ist immer kleiner gleich dem tatsächlichen Flächeninhalt und der tatsächliche Flächeninhalt ist immer kleiner gleich der Obersumme. Gut. Wir ziehen weitere Unterteilungen ein. Dadurch wird das Raster feiner. Die Untersumme kann dabei nur größer werden, so wie vorhin auch schon noch einmal besprochen. Und die Obersumme kann dabei nur kleiner werden. Wir erwarten also, dass wir den Flächeninhalt der Figur mit Unter- und Obersummen beliebig gut abschätzen können, indem wir das Raster fein genug wählen. Also, zur Wiederholung, das Wichtigste ist, ein Raster zu finden oder einen Raster drüber zu legen und dann weitere Unterteilungen einzuziehen, bis uns das Ganze fein genug ist. Eine wichtige Frage jetzt an dieser Stelle ist noch, wie können wir eigentlich beurteilen, ob die Abschätzung mit Unter- und Obersummen gut ist und wie gut ist die dann? Der Trick liegt darin, dass wir bereits wissen, dass die Untersumme bei Verfeinerung des Rasters größer wird und die Obersumme kleiner. Das bedeutet, die beiden kommen sich entgegen und wie im vorigen Video schon erwähnt, der Abstand zwischen den beiden wird dadurch kleiner. Und die Abschätzung ist klarerweise ziemlich gut, wenn der Abstand zwischen Ober- und Untersumme schon sehr klein ist. Wie können wir das also beurteilen? Naja, wir können die Differenz von Ober- und Untersumme betrachten. Also, wir können einfach anschauen, wie groß ist die Differenz von O und U. Und die muss klarerweise ganz, ganz, ganz klein werden, beziehungsweise sie muss so klein werden, wie wir das brauchen, sodass es unseren Vorstellungen von Genauigkeit entspricht. Das bedeutet, ich kann einfach verlangen, das Ganze soll kleiner sein als ein Hundertstel und dann erwarte ich mir, dass es einen Raster gibt, sodass das sicher erfüllt ist. Und das ist genau das, worum es hier geht. Also für jede noch so kleine Zahl, die ich hier hinschreiben kann. Also ich kann die Genauigkeit beliebig hoch hinaufschrauben, es wird sicher dann trotzdem ein Raster geben, sodass das erfüllt ist. Mathematisch, ganz exakt können wir das so ausdrücken, zu jedem Epsilon größer 0 soll es also ein Raster geben, für das die Differenz zwischen Obersumme und Untersumme kleiner als Epsilon ist. Also hier ist das ein Hundertstel in die Rolle des Epsilons geschlüpft und der Schmäh ist für jedes noch so winzig kleine Epsilon, gibt es einen Raster, sodass das erfüllt ist, sodass die Differenz von O und U kleiner ist als dieses Epsilon. Was bedeutet, dass wir den Flächeninhalt wirklich beliebig gut abschätzen können.